an der Straße finden. Ja, komm, das passt schon. Wir legen mal Chat hier hin, das wird schon. Okay. Okay, rasierst du mich? Soll ich mich ausziehen? Nein, du sollst dich nicht ausziehen. Aber ich will. Machst du dich aus. Ja, oder? Ja, finde ich auch. Wirklich in einer guten Gegend. Jetzt ist die große Frage, wo mache ich dieses Mikrofon fest? Soll ich es einfach so an meine Haut klemmen? Das war wirklich nicht Sinn und Zweck, das war. Mailpeak-Performance. Oh, Mann. Ich geh schon mal vor, ja? Ja, können wir ja alle einfach schon mal vorgehen. Geht das so? Geht das so? Aber das tropft ja trotzdem. Jo, herzlich willkommen zu meinem Vlog. Aber das läuft ja runter. Mach mal nicht. Oh, nee, das kann ich nicht. Warum hat Tim da hinten von uns so fußt, dieses Dorker, Bro? Wir warten es weg. Später. Was wollen wir an mit? Was wollen wir an? Haare oder Bart? Bart, oder? Bart dauert länger und wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Ja, wir sind in zwölf Minuten verabredet und wir müssen zehn Minuten hinladen. Die Frau hat so, Bro, die hat so verstört, die hat so fast zum Fick machen die da, Alter.